Heute geht es darum, wie wir SVG-Animationen im Web animieren. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu Part 2 dieser kleinen Videoreihe. Und zwar geht es heute darum, unsere SVG-Datei, die wir letzte Woche animiert haben, aus Aft-Effekts rauszurendern und auf unserer Webseite einzubinden. Das Ganze natürlich als SVG-Datei. Und wer jetzt erst einschaltet und Part 1 noch nicht gesehen hat, unten in der Videobeschreibung gibt es einen Link zu diesem Video hier. Das müsst ihr euch ansehen, bevor ihr diesem Video hier folgen könnt, weil sonst würde es wahrscheinlich ein bisschen schwer. Auf jeden Fall geht es darum, wie wir die SVG-Datei einbinden können. Das Ganze ist ziemlich cool und bietet ziemlich viele Möglichkeiten. Aber wenn ihr Fragen, Probleme oder sowas habt, wie ihr immer unten in der Videobeschreibung, ganz oben ist ein Link zu Discord. Klickt drauf, kommt vorbei, stellt eure Fragen, helft euch gegenseitig oder beantwortet Fragen. Es ist eine wirklich schöne Community mittlerweile geworden, deswegen klickt auf jeden Fall mal drauf. Ansonsten legen wir jetzt direkt los, denke ich. Also, auf geht's! So, los geht's mit dem zweiten Part unseres Tutorials und dieses Mal wird es ein bisschen technischer. Was heißt, wir sind hier auf dem GitHub Repository, das ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, zu Lottie. Lottie ist ein Dienst oder ein JavaScript-Framework von Airbnb, wie ihr hier auch seht. Und die haben praktisch dieses Framework entwickelt, um solche schönen Animationen im Web nutzen zu können. Sie bieten hier allerdings nicht nur die Web-Version an. Wir sind hier gerade Airbnb im Web. Allerdings auch für Android, für iOS oder für React Native. Was heißt, man kann es mit ziemlich jeder Plattform aktuell nutzen. Das Einzige, was man hierfür braucht, ist ein After Effects Plugin namens Bodymoven. Das ist hier verlinkt. Und ihr könnt es aber auch über einen anderen Link, den ich unter der Videobeschreibung reinstelle, und zwar über direkt einen Adobe-Dienst, nämlich den adobe-exchange.com, einbinden. Und wenn ihr hier registriert seid mit eurem Account, das heißt, wenn ihr gerade eure Creative Cloud anhabt, und dann müsst ihr hier oben nur auf so einen, der ist jetzt bei mir nicht mehr da, weil ich es schon hinzugefügt habe, auf einen kleinen Button mit Free drücken. Und in dem Moment installiert sich das selbstständig. Ansonsten müsst ihr dort einfach auf den Download-Button klicken und eine Datei runterladen und einen Dienst nutzen, wie zum Beispiel den ZXP-Installer. Den könnt ihr hier einfach für Windows oder für iOS runterladen, installieren. Das ist ein Drag & Drop. Einfach die XMP-Datei reinziehen und es wird eure After Effects hinzugefügt. Das Ganze ist sehr leicht. Auch diese Webseite zu diesem ZXP-Installer ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn ihr das getan habt, dann wird in eurem After Effects-Dokument, was wir letzte Woche schon erstellt haben, wird unter Fenster, hier unter Erweiterungen, ein Plugin auftauchen, nämlich Body Movin'. Da klicken wir jetzt einfach mal drauf. Dieses Plugin öffnet ein neues Fenster, was ihr hier seht. Und wir können jetzt hier, das ist jetzt ein bisschen schlecht, dass wir das gleich benannt haben, aber ich weiß, dass es das erste ist. Das wählen wir jetzt aus, dass wir unsere erste Komposition rendern möchten. Und wir müssen natürlich noch eine Destination auswählen. In unserem Fall sage ich jetzt einfach hier in Dateien. Und das Ganze nenne ich Data. Das ist der Standardbegriff dafür. Und das wird hier, ihr seht es jetzt nicht ganz, aber das ist eine JSON-Datei. Das heißt, wenn wir das abspeichern, bekommen wir lediglich eine JSON-Datei. Ganz wichtig ist, hier unter Settings könnt ihr einiges einstellen. Wenn man zum Beispiel Schrift benutzt, sollte man die Glyphs-Auswahl hier auf jeden Fall anmachen, weil man sonst, also weil sonst die Schrift als Schrift exportiert wird und nicht als Form. Was ein Problem ist, wenn beispielsweise ein User nicht diese Schrift auf seinem Rechner installiert hat. Deswegen sollte man das machen. Außerdem können wir hier auch eine Demo, eine Local Preview uns mit rausrendern lassen. Das machen wir jetzt einfach mal. Sagen Save und drücken jetzt hier einfach noch auf Rendern. Jetzt läuft das einfach ganz schnell durch. Und wenn ich jetzt hier den Dateiordner aufmache, sehen wir eine Demo. Kann ich ranscrollen? Ja, ein bisschen. Man sieht hier eine Demo-Datei und man sieht eine Data-Datei. Wenn ich die Demo jetzt öffne, dann haben wir unseren Geist, der sich bewegt. Wenn ich hier reingehe, untersuchen, sehe ich hier schon, das ist ein XML, also ein SVG-Objekt, mit jeder Menge Sachen, die sich hier animieren und formen und Stuff. Und das alles, was hier zu sehen ist, ist im Prinzip in der Data-JSON. Diese Datei werden wir jetzt benutzen. Und dazu öffne ich jetzt mal ein GitHub-Repository, beziehungsweise kein GitHub-Repository, sondern ein CodePen-Project. Und hier ziehe ich jetzt einfach das Data-Objekt rein. Und das muss ich jetzt einmal kurz hochladen. Zack, hat funktioniert. Hier ist unser Data-Objekt. Das ziehe ich jetzt noch da unten in den JS-Ordner. Und wir können jetzt hier damit arbeiten. Wichtig ist allerdings, so wie wir es jetzt benutzt haben, können wir damit nicht sonderlich viel machen, denn wir brauchen noch das Framework, was hier auf der Seite halt zur Verfügung gestellt wird, was hier verwaltet wird. Und um das uns rausgenerieren zu können, können wir ganz einfach machen. Wir gehen nämlich nochmal in After Effects, in das Plugin, und sagen hier oben Get the Player. Da klicken wir jetzt drauf und sagen hier einfach, wir wollen jetzt den Player uns runterladen. Laden wir uns ebenfalls in Dateien, sagen Saved, gehen hier wieder auf unser Project. Und ich lade jetzt hier einfach kurz Lottie ebenfalls noch hinzu. Das Framework heißt einfach so. Natürlich wäre es gut, wenn man sich später dann das Ganze in einer Min-Version besorgt. Und ich will jetzt hier einfach in der eigentlichen Version. Das ziehe ich jetzt ebenfalls noch hier rein und habe jetzt hier unsere beiden Dokumente. Wenn wir jetzt beispielsweise das JSON-Dokument mal ansehen, seht ihr, wir haben hier jede Menge Kauderwelsch. Das sind einfach eine Riesen-Ansammlung von Daten, Flächen und einer SVG-Grafik inklusive der Animation. Und Lottie macht im Prinzip nichts anderes, außer, oder es ist sogar eine minifizierte Datei, außer hier raus dann unsere Animationen zu generieren. Um das machen zu können, können wir uns jetzt hier einfach grundsätzlich mal ansehen, was unsere Demo-Version, die wir uns gerade angesehen haben, die hier ist, wie die im Backend mehr oder weniger aussieht. Dazu klicken wir jetzt einfach mal hier an. Und hier ist nichts anderes, außer unser Skript, also das Lottie-Skript, was wir sowieso verlinkt haben, einen Hintergrund. Diesen Hintergrund kopieren wir uns jetzt einfach mal raus, samt den beiden Style-Tags und fügen den hier oben ein, direkt in unserem Head-Bereich. Fügen wir das jetzt einfach mal hinzu und haben jetzt hier einen Hintergrund. Und wir wollen aber, dass der Hintergrund in unserem Fall schwarz wird. Das heißt, wir machen das einfach mal schwarz, speichern das Ganze. Jetzt wird unser Projekt hier unten ebenfalls schwarz. Und das nächste, was wir brauchen, ist, wir müssen natürlich in unseren Body-Tag noch einiges einfügen. Und zwar brauchen wir neben dieser riesengroßen Lottie-Datei, die in der Demo einfach so verlinkt wurde, im Prinzip unsere normale Datei und ein paar Parameter. Diese Parameter findet ihr auch in dem Repository, wenn man ein bisschen nach unten scrollt. Und zwar findet man, wo ist es, hier die Standard-Floskeln. Die kopieren wir uns jetzt einfach mal raus und kopieren die ebenfalls hier unten in einen Script-Tag in unserem Project und sagen jetzt hier, okay, wir haben jetzt unseren Script-Part und sagen hier, wir möchten jetzt unseren Path, wir wollen das JS-Data.json-Dokument aufrufen, weil das liegt ja hier in einem JS-Ordner. Hier liegt unser Data-Element. Wir wollen das Ganze als SVG rendern. Hier unser DOM-Element ist aktuell noch nicht existent. Das sollten wir natürlich nochmal anlegen. Und zwar sagen wir jetzt hier einfach, wir haben ein Div-Element und dieses Div-Element hat die ID Element, beziehungsweise wir sagen hier, können wir, soweit ich weiß, auch direkt ein, ja, die sagen direkt das. Dann machen wir das auch so. Können wir direkt eine ID hier reinschreiben, was heißt, unser Element heißt Element. Und hier hinten natürlich noch eine Klammer zu. Da drin wird praktisch später unsere Animation reingepastet. Und wir können jetzt hier, ja, im Prinzip sollten wir das am besten Lottie nennen, das ist, glaube ich, ein bisschen besser. Was heißt, das Element wird gleich auf die ganze Seite skaliert. Dort rein wird unsere Animation abgespielt. Und wenn ich das Ganze jetzt speichere, wird allerdings noch nichts passieren, weil wir unseren eigentlichen Script-Teil noch nicht verlinkt haben. Und zwar brauchen wir noch Script, src, das heißt js slash Lottie.js. Und hier machen wir das ganze Script-Tag wieder zu. Und speichern das Ganze ab, aktualisieren und es passiert das, was wir wollen. Nämlich hier unten erscheint ein kleiner Geist. Allerdings ist der, glaube ich, noch nicht ganz richtig formatiert. Was heißt, wir haben hier unser Element, was 100 hoch, 100 weit ist. Das machen wir immer nicht. Was heißt, wir sagen, das ganze Ding ist 40% weit, 40% hoch und den positionieren wir jetzt noch in der Mitte. Was heißt, Position Absolute. Absolute, wir sagen Top 50%, wir sagen Left 50% und sagen hier nicht Translate 3D, sondern Translate minus 50%, kommen wir minus 50%, damit das ganze Ding auch wunderbar in der Mitte ist. Aktualisieren und irgendwo habe ich was falsch gemacht. Transform, Translate. Eigentlich sollte es jetzt so funktionieren. Warum funktioniert es nicht? Ah, jetzt hat es funktioniert. Das heißt, jetzt haben wir hier unseren kleinen Geist, der sich bewegt und können damit wunderbar jede Menge Sachen machen, ihn animieren lassen. Wir können hiermit natürlich auch noch andere Sachen machen, zum Beispiel Loop können wir auch sagen. Auf Falls, speichern das Ganze. Das heißt, das Ganze wird nur einmal abgespielt und dann steht es wieder. Das ist zum Beispiel sehr praktisch, wenn man so etwas macht, wie einfach eine Notification einblenden. Das gleiche gilt beispielsweise auch hier für Autoplay. Können wir auf Falls sagen. Sagen hier bei Loop True. Sagen, speichern das Ganze und jetzt startet er nicht automatisch. Aber wir haben hier jede Menge Sachen. Was heißt, wir können zum Beispiel einfach sagen, wir möchten jetzt Play machen. In dem Moment, wo wir das Ganze nutzen. Zum Beispiel sage ich jetzt Document.getElementById Lottie. Das ist unser Element. Was heißt, das schreiben wir jetzt mal ein bisschen um. Element gleich. Nehmen das mal hier raus. Schreiben das hier drüber. Unser Element können wir dann nämlich auch direkt hier einfügen, statt diesen Teil zu machen. Und sagen hier unten jetzt .addEventListener. Sagen, klick, Komma, Function, Klammer auf, Klammer zu. Machen hier hinterher noch ein ordentliches Semikolon rein. Und schreiben jetzt hier beispielsweise unser Lottie-Element, was wir hier definiert haben, .play. Das Ganze speichern wir jetzt ab. Aktualisieren. Wenn ich jetzt hier draufklicke, fängt er an zu fliegen. Und bewegt sich so ein bisschen. Was heißt, wir haben die Möglichkeit, komplett unsere Animation custommäßig mit JavaScript zu steuern. Es bietet jetzt nicht unendlich viele Möglichkeiten, aber wir haben Play, wir haben Stopp, wir haben Pause. Wir haben Set Location. Was heißt, beispielsweise, wenn man hier etwas macht. Also mit dem Symbol ist sehr praktisch. Wir haben noch jede Menge andere verschiedene Attribute, die wir nutzen können und damit unsere Animation möglichst gut in unseren Workflow einbauen. Was heißt, mit diesem Framework kann man ziemlich leicht alles Mögliche nutzen. Und vor allem das Schöne ist, die Dateien, die wir brauchen, um diese SVG-Datei zu erstellen, ist schlichtweg eine data.json, die wir für jedes neue Element hier oben verlinken. Und da es nur ein Data-Element ist, ist es nicht wirklich groß. Was heißt, wenn man hier einfach mal drauf geht, das sind gerade mal 8 KB. Was heißt, wenn ihr, selbst wenn das umfangreiche Animationen sind, sind es oft nicht viel mehr, es sind ein paar KB, die ihr verlinken könnt, die ihr hier mit aufruft. Was heißt, die werden einmal definiert und ihr könnt sie dann überall auf der Seite verwenden. Ziemlich cool, ziemlich einfach und für fast jeden Zweck absolut passend. So, das war's wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme habt, wie immer unten ist der Link zu Discord. Ansonsten, wenn ihr aktuell bleiben wollt, der Link zu Instagram, Facebook, Twitter ist ebenfalls in der Videobeschreibung. Wenn ihr diesen Channel etwas unterstützen möchtet, findet ihr dort ebenfalls einen Amazon-Affiliate-Link, wo ihr einfach etwas kaufen könnt, um diesen Channel etwas zu supporten. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao!